Nicht zu weit vor. Eisen jetzt, cool. Abbauen, du siehst dann wie viele Epi du kriegst. Das ist unnormal. Jo. Ich bin Level 12. Scheiße. Hohle Erz. Ich nehm das mal mit. Aluminium Erz. Geht nicht mit der Spitzhacke hier. Das ähm. Aufpassen. Das sind sogenannte Würmer. Ich sehe ihn zwar nicht, aber Junge. Die hören dich. Kupfererz. Wie viel Eisen jetzt hast du? 19. Titanerz. Wenn die dich treffen, bist du tot. Jo. Ich bin auch tot. Bewusst los. Wo? Hinter dir. Danke. Danke. Ich geh mal raus, ne. Nur, dass du es weißt. Okay. Dann revive dich. Ich hab Lungenentzündung. Ich hab eine infizierte Wunde. Ich hab das Fisch getötet. Also. Eisenerz abbauen. Also. Lungenentzündung. Minus 10% gewonnene Erfahrung. What the fuck? Mhm. Mh. Oh, da rein. Und zack. Wieder Licht. Eisenerz. Kommst du da rein? Ah, du bist da rein. Ja, ja. Ich bin aber total am Arsch. Schau mal, das heißt jetzt hab ich Kupferherz. Ja, ja. Ich poke die nicht mehr. Ich bleibe jetzt hier. Oh, oh. Da kommt einer. Der trifft aber nicht. Wo ist er? Jetzt hat er mich getroffen. Jetzt ist er tot. Die sammeln ein bisschen Kohle ein, ne? Geil. Ja, mach das. Nice. Nice. Nice, du. Nice. Du bist nice, Digga. Nice. Was? Wurmüberreste. Geil. Mitnehmen. Oh, oh. Oh, oh. Steinpfeil und Wurmschuppe. Ich bin auch mal weggerannt, ne? Shit. Nein, nicht schon wieder. Du bist wieder erwischt. Ja. Du bist wieder erwischt. Ja. 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 Deswegen hat er dich erwischt. Weil ich keine Wischen mehr hatte. Geh mal hin. Heilig hier. Wie viel, äh, Dingens Eisen jetzt hast du? Ja. Ja. Ich mach das mal sortieren. Äh, 31. Kohle hab ich 28. Boah, das war's eigentlich schon. Okay, dann gehen wir nochmal rein. Äh, äh. Oh, fuck. Vor meiner Fresse. Ups. Gut. Der hat mich, der hat mich erwischt. Wie hat mich der Kollege erwischt? Ich bin so weit nach hinten. Er ist doch abnormal. Nein, ich werd sterben. Junge. Ich hol dich gleich. Nein. So ein Mini-Fitzel an Energie. Gold. Hat's hier. Also, hast du überlebt oder gestorben? Ich hab's überlebt. Aber so... Ends... Ends wenig, du. Ich hab fast keine Ausdauer. Ich glaub, wir müssen hier drinnen einen Feuchter bauen. Dann kriegen wir keine Lungenentzündung. Komm wieder... wieder raus, Junge. Ich hab gleich genug. Okay, okay, alles klar. Aber ich bleib draußen. Bei mir ist das... kritisch. Sehr kritisch. Bei mir drehen die Wände durch. So, ich hab mal die Wurmüberreste mitgenommen. Eisenherz. Oh. So, ich bin fast voll. Ich nur zur Hälfte, aber... Das Leben ist, äh... Ja. Äh. Gut. Siliziumoxiderz. Siliziumoxiderz. Ja, trotzdem, ne? Ja, trotzdem, ne? Jetzt bin ich voll. Ja, ich bin voll mitgekommen. so mal wissen weil ich denke jetzt haben wir genug eisen um nägel herz herstellen zu können ich habe mich ja ich bin ja gelevelt also ich brauche wir können wir zusammen zu können ja warte ich weiß nicht was du bist ich dachte du wärst schon weiter junge lang bogen lang junge ich habe etwas entdeckt übrigens vielleicht dass du schon längstens gesehen aber wenn du oxid im inventar hast hast du textilienbank freigeschaltet keine ahnung nein noch nicht ich schau mal regen auffang bächen eisenaxt eisenspitz hake so talente erhöht die geschwindigkeit von nahkampf war schnelles zielen das brauche ich so hotel ich bin soweit meine lungenentzündung ist fast aus kurieren ja meine ist erst am anfang immer mich als foto da warst du arschgeige hier super junge ich kann nicht zu dir kommen nur drei wölfe auch die app kann man trotzdem gucken ok oi 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 oin ah so Ich muss sagen Der Rechner, den juckt es nicht Dass ich aufnehme Die GPU ist auf 30% Der CPU gleich 0 Oh 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 Rennen Bei mir wird schwierig Scheisse, Mann Oh Ähm Wer macht jetzt? Du musst wieder erscheinen Jo Ich warte so lange hier Mhm Oh Shit Wenigstens bist du bei der Base Ja, ich hab natürlich Äh Und wo ist die? Äh Achso Da, klar Ach, bin ja doof Ich bei allen anderen Spielen auch hier einfach nur drauf losrennen, ne? Ohne nix im Inventar Nackig Rauchen wir wirklich nackig rum? Nö, schade, warum? Also Das ist aber fies Ich renne jetzt mal hin Kannst du dir ne Waffe bauen? Oh, was? Ich renne jetzt Also ne Holzfackel kann ich schon mal bauen Ich baue nur noch Steine zum sammeln, dann kann ich auch ne ne Axt bauen Gut Oh, zack, zack Ich geh mal in den Easten, ne? In den Easten Ah, scheiße Ich hätte nicht Ich hätte nicht Abbau und sagen Von dem Dach Dann hätte ich safe geschafft Boah, es setzt wirklich das Level komplett zurück, ne? Von der EP her Ja Na ja, in